Servus Leute, hier sind wir wieder bei Orion, die Dino-Horde und wir haben uns jetzt einmal überlegt, wir spielen wieder Survival-Modus, der Guten und ich. Richtig. Und wir gehen aber jetzt einmal mit Schwierigkeitsgrad runter und gehen einmal auf Easy, es gibt noch den Schwierigkeitsgrad Noob, den habe ich gestern einmal probiert. Äh, tausend Geld würde ich sagen lassen. Ja, damit wir einfach mal wieder zeigen können, wie das ist, wenn man weit im Spiel ist, würde ich sagen. Genau, dass wir mal schauen, dass wir weit weiter kommen. Idle Kick ist egal, Slope, die Map nehmen wir Slopes. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach das ganze Zeug. Junkas. Äh, was willst denn du spielen? Du willst wieder Assault machen, oder? Am liebsten. Ich bin eigentlich, ich habe in letzter Zeit immer Assault gespielt, würde ich wohl machen, aber mir ist es eigentlich auch gleich. Ich überlege, oder Support, da wäre halt cool, weil du kannst heilen. Ähm, wie genau geht das dann? Mit Steuerung drücken einfach, dann magst du die Support-Waffe an. Okay, dann habe ich jetzt den ausgewählt. Schauen wir mal. Sie braucht den, ob du kannst dich gleich ausprobieren. Mach einmal, drück drauf, Steuerung. Dann hast du einen blauen Strahl. Genau. Passt. Ah, cool. Ah, die Map haben wir eh schon mal gehabt, oder? Riecht das weg? Was? Ah, da. Hi. Haben wir die Map nicht schon mal? Oh ja, die haben wir, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ich habe sie letztens irgendwann einmal im Sogo play. Diesen Tower sind ähnlich, finde ich. Ich meine, wir hatten so eine schon mal nur mit Dschungel. So. Also mit mehr Dschungel, denke ich. Das Blöde ist, nur bei der Web gibt es halt nur Weapons und keine Fahrzeuge, so wie hatte ich was. Okay. Halt bei der Surreal Map, äh, bei der Surreal Map, bei der, was ist die andere? Äh, Con, irgendwas mit Con, ist der Modus, oder? Conquest. Auch mal, ich kann ja gar nicht fliegen. Ja, eh nicht. Mal, nur. Kann ich vielleicht mit, warte, ich probiere dich mitzunehmen. Komm, komm, komm. Nein. So, wo bleiben die ersten Dinos? Achso, 33 Sekunden. Der andere ist auch es holt. I know, I know. Ich finde, die, die, die Wicke und Klaas ist eigentlich, obwohl die ist gut gegen, äh, die großen, äh, Gegner, halt die gegen die Rex und so weiter, weil du magst halt einfach, schießt du drauf auf den, bam, 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 bam. Dann machen nachher, Max, ist unsichtbar, dadurch verliert er das Akro auf dich. Dann, der Schwart ist, bis er weg ist, ein bisschen, dann schießt wieder auf ihn, Max ist wieder unsichtbar und so weiter. So, dann lass mal Knallgas geben. Es sind noch zwei Sekunden. Wir hätten uns Autos auch holen können. Ach, hier, auf der Map sind eh Autos, ne? Ja, aber, ich weiß nicht. Alter, ich hab hier so eine Scheißwaffe. So eine Einzelschuss, ich war jetzt voll auf Automatik eingestellt. Wie, ich hab hier so eine Sache gemacht. Im Nahkampf kann man auch die Güte auch killen. Sie hat merke ich jetzt gar, oh man kriegt ja uh vier Credits. Mir ist das jetzt auch grad zu vorkommen. 5000 hab ich jetzt schon. Ist das du ein Easy status, ich weiß nicht. Ich denke mal. Ich hab bald teilweise fast 300 Credits vom Kild Nation. Ne, ich hab heute äh mit Nahkampf relativ vielaschtồng. gekillt und dadurch ich hab 5100 schon so was ist vom leben her bei dir 150 ich glaube man regeneriert ein easy modus dass er ein loop weiß ich dass man regeneriert wird habe ich kurzzeitig alleine auch gespielt und beim easy glaube ich auch dass man regeneriert nur bei den medium nachnehmer dass das blöde dass du als supporter nicht siehst wer wer ziemlich am tot sein wird es wäre cool wenn dort oben wo die namen sind oder so was eine lebensanzeige wäre noch gerade für den support ist es wichtig die anderen klassen sind also wichtig dass man man was sieht so jetzt müssten eigentlich die dinos gleich kommen wir ich habe schon richtig bock auf ellers gold online wenn ich an lebensanzeigen und so denken ja das einzige was mich halt nervt bei dem ist wieder in das gebühren verlangen ja ich mag dieses monat system ist meiner meinung nach auch in die veraltet obwohl es glaube ich immer noch ganz gut geld bringt für die das glaube ich bei ww überlegen land ist das schon aber was bei der sports online auch heftig ist du bezahlst ja vollkreis beim beim kaufen und dann noch monatliche kosten ja das hast du aber bei ww auch gehabt ja ich habe nie ww gespielt 9500 hätte ich soll ich schon was kaufen ich habe knappe 7.000 ich hole mir mal man ja vergessen den einen zum heilen der tod ja gerade gestorben wie viel eingesteckt wahrscheinlich ist er gelieft naja ich warte noch eine runde bevor ich mal was kauf ich hole mir den money boost ja ich weiß nicht ob das so viel bringt irgendwie habe ich das nie so richtig gemerkt aber und ich glaube ob die anderen boost nicht sinnvoller teilweise sieht du könntest da die waffe von dem nehmen die hatte andere äh die assault waffe oder was ja glaube ich wieder irgendwo ja da bei mir jetzt hat es der andere aufgenommen aber der hatte auch noch einmal eine waffe fallen lassen der lasst immer die waffe fallen wieder da drüben liegt es jetzt ich glaube das war wie können hier Wir müssen aufpassen auf die Giftspucke, da musst du mich heilen. Ja, sofort. Ich bin schon tot. Ich bin gerade auch mitten im Kampf. Du musst herkommen, von mir und mich. Ich bin trocken. Nahkampf bringt urviel Geld ein. Hier wird es 14.000. Äh, soll ich mir Verstärkungen kaufen oder so? Bist du voll? Ich bin voll, ja. Erstens, wenn man ihn nicht im Kampf findet, regeneriere ich eh. Ich hole mir jetzt einmal eine Waffe. Ich habe hier ja nur den rein, shortweise. Ich weiß aber noch nicht, was ich mir jetzt genau hole. Hol dir keine Shotgun. Also, die größte Shotgun mochte ich zwar erst ziemlich, weil die hat 10 Auto. Also, die hat 10 Magazin direkt. Musst du fast gar nicht nachladen, aber wenn du nachladest, hast du verloren. Nein, ich glaube, ich hole mir zuerst das LMG oder sowas. Ich überlege gerade, ob ich mir vielleicht die Revolver hole. Ich hole mir das LMG und die Doppelpistole. Und ein Upgrade kaufe ich mir auch noch für Increased Weapon Damage. So. Jetzt muss ich noch finden, die Waffe passt. Jetzt werden wir mal schauen, was wir sich kaufen können. So, wir müssen das Objekt finden. Ja. Ist eh nicht weit weg. Du hättest dir meine Waffe auch nehmen können, wenn du wollen hättest. Ich habe jetzt eine Doppel-Roll-Roll-Roll. Ja, ich habe auch eine Doppel. Ich habe eine Doppel-Ein LMG. Da habe ich mir auch nicht. Hätte ich mir auch kaufen können, aber ich wollte mal eine Laserwaffe oder einen Granatwerfer kaufen. Und doppelte Schaden. Hast du schon? Habe ich schon, ja. Ist der im Weapon Shop? Ja, im Weapon Shop. Das Wichtigste ist, man muss die großen Dinosaurier hinmachen, weil die spawnen immer wieder neue kleine. So bin ich alleine da. Nein, nein. Aber wir haben, glaube ich, verdammt kleine, kleines Equip für ein Objekt. Nein. Wo ist der kleine? Oh Gott. Ich mache dich gerne mit vier Nahkampf hin. Hab sie noch immer nicht. Geh hin und mach sie mit Nahkampf. Viel einfacher. Ich habe ein paar Credits gekriegt. Du, pass auf, dass du... Boah, die Waffe taugt man nicht, dass du so ein dummes, dummes Visier. Ich bin ja die bei einer Automatik, weißt du. Merke ich gerade. Ich habe irgendwie nicht. Auch wenn die Double gar nicht schlecht ist. So, ihr seid ja schon vorne, oder was? Also ich bin 350 Meter vorm Objekt weg. Na komm, dummer. So, ich bin da jetzt ein bisschen stehen geblieben, nämlich. Renn hinter euch. Und 200 Meter bis zum Objekt, ich sehe schon die Dinos. 250 bin ich entfernt. Das LMG taugt mir nicht, muss ich sagen. Alter. Was ist? Ich hole ihn. Ein paar Mal getroffen, aber... Da muss ich zum Killen. 1.000x-Equeredet zeug ich vielleicht scheiße. Hast du gekriegt? Ja. Ich habe nicht wusste, wie er einen bekommen hat, aber irgendwie von... Ich habe nötig draufgeschossen die ganze Zeit. Ja, ich auch. Ich habe zwei Magazine gedruckt, da mit der Double. Na, ich habe LMG draufgeholt. Relativ viel. Also, für den Schaden macht man eine Double ja nicht. Obwohl, ich kriege die hier auch schön aus der Entfernung weg, eigentlich. Ja, ich auch. Ich glaube, die haben auch nicht so viel Leben wie sonst. Ich glaube, die gibt Mittel. Ich glaube, das sind nicht nur die Credits, sondern auch wirklich, dass die Monster leichter tot sind. Kannst du mich heilen nochmal? Äh, einfach veriratet. Bist du ganz tot, oder? Nein, jetzt bin ich eh schon voll. Wieder. Wir müssen da schneller ran, weil sonst bringt das nichts. Die ist bei uns die ganze Zeit. Ich habe jetzt 15.000 Credits. Ist auch schnell. Ich habe jetzt 19.000 schon. Jetzt zum Objekt hin. So, ich capture. Ich kann nicht mehr nachladen, irgendwie. Ich glaube, ich habe noch ein paar Schüsse, aber nicht mehr viele. So, ich habe es. Na komm, wieso kann ich nicht rübersteigen? Ja. Ach Gott. Ich hole das andere Fahrzeug, schwind. Ja, lass mich einsteigen, bitte. Ne, ich bin im anderen. Komm ins... Komm zum anderen. Ich glaube, ich kann besser fahren als dir. Vor allem weiß ich bei dir, wohin es geht. Mhm. Äh, wenn ich jetzt wüsste, da hinten ist, sind wir. Schauen wir mal, ob da auch noch fährt. Da wäre ja auch noch ein Fahrzeug. Ja, bin eh dabei, auszusteigen. Die Holo-Dinger sind so stark, ne? Wirklich? Ja, die sind so schnell. Damit kannst du fliegen, überschluchten und so. Hier lang, oder? Ja, ich finde auch gerade nicht. Ja, da müsste es sein. Nächste Runde würde ich mir nachher wieder Waffen kaufen. Ja, ich habe jetzt auch bald 20.000. Nein, ich bin schön überfahren. Ah, wieso stellst du dich da ab? Wir müssen zum Generator. Ne, ich möchte aber mit Waffe kämpfen. Das bringt viel mehr Punkte. Ja, ja, aber, na, du kannst dich hinten drauf, das zählt auch als Punkt. Ach so, du hast ja keinen. Ich habe einen gehabt. Ich kann bei dir wohl einsteigen, wenn du möchtest. Ja, na, ich steige aus jetzt nachher. Und du kannst entweder, wenn du willst, kannst du dich hinten draufsetzen. Oh, da kommt jetzt aber viel an. Ich kriege so viel, ich habe jetzt schon 24.000. Guten Nahkampf, mach einfach. Ich habe gerade den Flugsäure mit Nahkampf runtergeholt. Nice. Der ist gerade hergeflogen. Komm. Das ist eh noch mal deine Flugsäure. Ich muss einfach Anflug machen und dann... Okay, haben wir schon. Ich habe jetzt 26.000. Ich habe knapp 25.000. Ich kaufe mir jetzt irgendwelche Verbesserungen noch. Ich hole jetzt mal doppelten Schaden. Ich hole mir einen Weaponshop, die anderen Verbesserungen schneller erhält, reloaded und so weiter. Die ganzen Stücke. Wir sind jetzt eh schon in Runde 5. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Ja, 8 war das höchste, was wir gehabt haben. Warte mal, Double Up ist das was? Inquise Fire Speed, Double Clips, sei es nämlich einmal. Double Up ist doppelter Schaden, ne? Nein, Stopping Power ist doppel Schaden. Increase Weapon Damage. Ich habe jetzt alle Verbesserungen schon. Brauchst du Geld, dass du mehr hast? Äh, ja, wäre ganz gut. Da hinten liegt ein Haufen. 3.000 liegt da in der Ecke. Links, links. Brauchst du noch? Äh, sollte passen. Für alle Updates. Hab da alles, mein ganzes Geld gegeben. Ich überfohle mich mal denn da. Ah. So 10 Sekunden hast du noch. Ja. Äh, da ist ein Direkt, ein Spinosaurus. Draußen. Natürlich ziemlich blöd. Boah, kriegen wir den Platz? So, wir sehen uns aber im nächsten Platz gleich wieder. Ciao, Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.